But if you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby I'm perfect, baby I'm perfect for you. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute nochmals eine Kaninchen-Challenge für euch und zwar diesmal mit Lucys Tierbande. Schaut bei ihr auf jeden Fall auch mal vorbei. Wir werden sie am Ende verlinken. Und dann geht's mit dem Video auch schon gleich los. Unsere erste Aufgabe war, gib jedem Kaninchen ein Leckerli und jo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Unsere zweite Aufgabe war, mach ein Foto von Moritz und einer Süßigkeit und dafür haben wir dann ein Smartie-Packen genommen und diese Bilder sind dann herausgekommen. Unsere dritte Aufgabe war, bastel ein Spielzeug für deine Kaninchen und wir haben uns dann gedacht, wir basteln so eine Klopapierrolle mit Leckerli und Heu drin. Bis zum nächsten Mal. Unsere dritte Aufgabe war, erstelle einen Steckbrief von Felix. Unsere fünfte Aufgabe war, gib jedem Kaninchen ein anderes Gemüse oder Obst. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.